Was? Na, voll den Hals, was? Kleiner Armleuchter. Und wird das nicht rot? Ich hab ihn doch im Wettbewerb. Wir haben mich kurz eingespült an, dass man die Kugel steuern muss. Oh, schade. Alle haben keine Kugel steuern, haben gefehlt gemacht. Muss ich echt sagen? Ich hasse Scharfschützen-Missionen. Am meisten, wenn es noch so beschissen ist wie diese. Okay, aber naja, ich will nicht so viel meckern. Das Spiel ist ja eigentlich richtig geil. Ich will nur drüber meckern, dass diese Mission einfach nur kacke ist. Richtig, richtig, richtig kacke. Wenn es da noch heißt, vielleicht noch Gedeckung oder so. Den, was? Ich soll was? Ach, den Schiff gibt es völlig gut. Aber das geht's ja nicht. Ich kann ja nicht einfach abdrücken. Die können schießen, aber ich nicht. Ich krieg ja gleich wohl den Kotzkranz. Ich hasse diese Mission. Ich hasse sie. Sie ist einfach bestämlich und dumm. Das ist wirklich das Schlimmste, was bis jetzt war. Das heißt, das war. Das ist die Schlimmste, die ich bis jetzt hier ist. Wollen die mich hier einfach bloß verscheißern? Wollen die mich schon noch verarschen? Da ist drin. Wollen die mich schon noch verarschen? Da ist drin. Wollen die mich schon noch verarschen? Da ist drin. Ich krieg ja gleich. Fick dich, du Spatzenkopf. Dann weichen die der Kugel aus. Ich krieg hier ein Lochkram. Was ist denn das für ein Kack-Mission? Die ist doch schwachsinnig. Ich könnte die sofort wegnieten. Einfach so. Ich hab die hier voll im Visier. Da weich jetzt wieder der Kugel aus. Was denn das? Ah, jetzt hab ich den Arsch geschossen. Jetzt kannst du durch Zweitlöscher scheißen. Wichser. Oh, ich hab die hier doch voll im Visier. Die wollen die mich hier einfach nur vereimern mit diesem Rotwerden. Na, das ist doch logisch, du Hammer. Oh, okay. Ich hab die voll, ich könnte voll wegnieten. Aber das wird verdrohen. Ich war hier gleich blöd im Kopf. Die dümmste Schar-Schützen-Mission meines Lebens. Und zwar die... Fick dich. Und zwar die absolut dümmste. Ich könnte die hier so schön durcheinander weg. Puff. Ping. Fernseh weg. Aber hier wird's doch nicht mehr Rot. Ich werde jetzt mal das verdrohen. Was muss ich denn da machen, wenn es das Rot wird? Nichts oder was? Ich mach halt gleich richtig Blöde. Klar. Klar. Logisch. Alles klar. Ja. Hier wird's nicht mehr Rot. Ich... 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 Ich werde auch gleich den Controller durchfahren sein. Alter. Das ist ganz ja so schön. Der kleine Controller zum Monitor. Ja, das ist die absolut letzte Drecks-Mission. So ist das Spiel richtig geil. Aber das ist jetzt eine... Ich könnte die nacheinander weg machen. Ich steh hier. Ich hab die komplett im Visier. Aber ich kann nicht abdrücken. Nö. Nö. Echt selten so gelacht. Echt. Wer trifft mich denn hier? Die können schießen wie aus der MG mit dem Schorschützengewehr. Ich kann hier nix. Da brauche ich doch. Hör. Die kann ich das. Die kann ich das. Ich werfe hier echt gleich den Controller. Lass die Brücke runter. So. Damit ich die mit dem Wolken noch weg machen kann. Spricht. Ding. Hatschen, du. Schwörst du nicht. Dumme Mission. Weil man hier nischt. Alles klar. Danke. Wir müssen hier raus. So. Gib mir eine ne Wolle Knoche. Das geht mir auf den Sack. Leute. Ich komme. Jetzt seid ihr fällig. So. Das ist dumm. Das ist wirklich eine Mission. Die gibt mir gerade einfach nur tierisch auf den Sack. Ne. Leute, ich habe nicht mehr. Dann gebe ich kein Geld aus. Das ist eine Mission. Die gibt mir tierisch einfach nur auf die Eier. Das ist sehr krank. Das ist dumm. Das ist schwarzsinnig. Wirklich gut. Ist doch nur blinde Hass und blindewut. Schnauze. Schnauze. So. Ran hier. Ihr elenden blöden Säcke. Alle ran. Schnauze. Genau so hier. Dann stecke ich dir deine beschüsste Knoche in den Arsch. Viel Spaß. Schnauze. Schnauze. Was ist das für die Beteiligung? Ist das für sie? Wo ist das für sie? Wer kann denn das für sie? Wer kann die Beteiligung? Ich kann die Beteiligung nicht erinnern. Wer kann der Beteiligung nicht erinnern. Die können bei den Klippen ausweichen. Okay, dem können doch nicht im Tisch ausweichen. Böh. Warst du noch blöd oder was? Die sind nicht ausblieben, mein Schuss, ne? Böscher, gah! Den Asi von der Forrest, die komischen Leuchtdinger. Böh. Also Leute, jetzt gerade wirklich richtig ein großer Sackgang hier. Aber richtig, richtig dicker, großer. Also richtig dünnflüssiger Durchfall. Also, wo du nicht mal mehr rennen kannst. Wo du es einfach nur laufen lässt. Also, schlusser kann ich das gerade nicht beschreiben. Beim besten Willen nicht. So, okay. Nicht schasset, diese Mission. Falls man sie nochmal anwählen kann, werde ich es garantiert auch machen. Bestimmt noch 100 Mal. Nein, 200 Mal bestimmt. Das ist lustig. Das macht nämlich Spaß. Das ist nämlich realistisch. In einem Action-Spiel muss Realismus herrschen. Nee, eigentlich ist das doch unrealistisch. Das Spiel. Irgendwo cool. Gehen wir bloß aus dem Weg. Will ich jetzt drückgeleuchtet, wenn hier eine ist? Ob ich du's? Stehen wir nicht schon wieder weg, Mann? Du Armleuchter. Äh, brauchst du nur noch mal. Äh, hey, hey, hey. Ja, ich wollte nur noch mal reingucken. Da muss ich ganz lustig, wie es hier ist. Mach auf hier. Na, hast du es aufgemacht? Ich finde, die Spiel schon cool. Aber das ist wirklich eine Mission, die... Oh, das ist doch cool. Das spielst du denn genial. Aber die Mission ist gerade einfach nur tierischer, tierischer Durchfall. Das ist wirklich dünnschig durchfalle. Also das ist durchfalle. So dünner durchfalle, wenn man den hat, dann... Ganz dünner durchfalle. Also das denn hier, Skeletor, bei der Macht von Dresden, komm! Knauze! Ey, die kennen alle. Die können aus, die können aus, die können aus, die können Kugeln ausweichen, die können ausweichen. Und diesen Feinden kugeln natürlich nicht. Ach, ein Feindespiel. So, wo müssen wir denn hin? Wo muss ich denn hin? Gibt es eigentlich Secrets bei dem Spiel? Oder irgendwie zu Easter Eggs? Okay, das ganze Spiel ist eigentlich nur frei. Oh, jetzt wird eigentlich keiner so groß wiederkommen. Ich mag jetzt diese Leute ein Stückchen schießen. Matsch. Ich will das gerade so cool sein. Ich will das gerade so irgendwie totalessig klären. Mit dem Hens-Damp-Tier. So. Wo willst du hin? Hä? Wo willst du hin? Wo willst du hin, hä? Ich tue es. Hä? Wo willst du hin? Hä? Wo? Oh, du hängst, habe ich dich gefragt. Ach, jetzt nirgends mehr. Alles klar. Oh, ich habe keine Muni mehr. Großer dricker Heulkrampf. Okay. Okay. Jawohl, wir haben doch noch diese wunderbaren Schöne Schüsse. Halt. Nein, mach das Ding an. Ja, mach mal drauf. Immer keine Angst. Wir sind gerade voll drüber. Ich hoffe, die Kleine hält durch. Ich meine, was tun wir, wenn sie ins Gras beißt? Was wir denn tun werden? Wir sterben, Crane. Sie ist unsere einzige Verbindung zu Serrano. Und unsere einzige Hoffnung auf Rettung. Und was wir machen jetzt hier? Ausweiter? Dunkung und Zürgen scheiße. Weil wenn Knack-Ausch hin ist, war das schon. Oder? Na. Zucker-Ausch. Knack-Pö-Pöchen. Geile Arsch-Sau. Nein. Oh, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ist das nicht schön? Na, komm. Mach mal das auch mal voll. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Aber ich tue es halt einfach. In die Bombengürtel sind das vielleicht doch nicht so schlecht. Oder? Wechseln wir das jetzt mal mit der rechten Waffe aus. Also, ich weiß nicht, warum ich das mal so übel. Am meisten bei den Gegnern, die sind so flink und flott. Also. Hallo? Achso. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, geil. Wir sind hier unter Wasser. Wie cool ist das denn? Ja, du wartest dich in der Trauerfeuer aus dem Hai. Ja, ich will wissen, ob hier ein Hai in den Woll kommt. Das finde ich schon cool. Irgendwo eine Anzeige, dass irgendwie was schief geht. Nö. Ach, kommt jetzt kein Hai oder ein Woll oder irgendwas. Irgendwas oder eine Riesenkrake oder irgendwie sowas. Aber das wäre doch cool. Aber war das nicht einfach total cool? Also, ich finde das wäre cool. Irgendwie Megalodon oder irgendwas. So ein Riesen, Riesen, Riesenvieh. Bäh. Cool. Wäre das cool. Aber nein, da schwimmen irgendwelche komischen Piranhas. Manu. Schade. Okay, so viel Zeit durch dieser Brauchner Schufe und Bamborn. Wir machen immer weiter. So. Wir haben die Pumpengürtel. Pumpengürtel sind lustig. Und ich habe das blöde Gefühl. Vielleicht scherben wir sie auch. Stasse. Der Mausch-Pump. Mausch-Pump. Der kleine Mausch-Pump. Yippie. Ja, bleib ich wieder dort stehen. Und du gehst immer ein bisschen. Ja, genau. Du gehst unter dem Stehen. Gefeil gemacht. Aber ganz rein gemacht hat er das. Ganz rein. Keine kleine Scheibe. Das tut gut. BAM! Ja, es geht jetzt vor. Ich bin Demon. Hey, der macht von dem linken Ei meines Vorders. Okay. Äh. Ja. Was ist denn das? Nette Aussicht. Muss mal ein echt cooler Planet gewesen sein. Oh, ja. Da stimme ich dir zu. Gibt es aber auch nichts, was man noch finden könnte. Okay, wir haben uns ein paar Meter. Holen wir uns mal diese Schlonze. Koch, hat jemand das Zeug hier? Unfassbar. Das Rezept können die gar nicht behalten. Nein, ich hätte es gern. Das Signal wird stärker. Unsere Ziele sind in der Leere. Mit leckerem Männchenfleisch in Aspieg. Wo ist es nicht einmal ganz anders? Ach, ja. Die ist weiter oben. Ach, ja. Schalte den Kampfmodus. Gleiches Eis. Nicht. Kampfmodus aktiviert. Akt 3, Kapitel 2. Was für eine Scheiße. Ach, komm, die spielen wir noch. Kommt mit dem 2. Äh, glaube ich zumindest. Ja. Juhu. Ja, sie ist hier. Ihh, da bist du wie du. Du bist so hässlich. Du bist ja so ein klarer Film. Weil man plötzlich. Schießleiter erfüllst du schießen. Ja, aber erfüllst du schießen. Ja, aber erfüllst du schießen. Alter, recht stark. Halt die Klappe. Oh, ich war hell. Na, jetzt war's. Jetzt haben wir es einmal alle dort. Okay, wir können mitten im Kampf, können wir Munition kaufen. Das ist natürlich dafür wert. Muss ich echt sagen. Ne, mir aufloggen. Und abdeck werde ich auch noch. Mein Junge. Das heißt, du Hacke. So frecken die da eigentlich nicht. Boah. Leck mich am Sack. Echt. Oh Gott, mein Liebes. Ich muss die Knappe weg. Ich vermisse. Zuhause schieben. Die rennt doch weg. Ich treffe sie doch durch mit meiner Peitsche. Mit meiner dicken Fleischpeitsche. Ähm, ja. Die steht doch nicht wirklich wie die Saupeitsch. Gut. Wie tut aus für mich? Oh, Mann. Boah, das ist doch ein Ecklisch-Level. Geht doch weg. Was bringt den eigentlich so ein Kumpel? Was bringt den eigentlich so ein nackeres Sprache? Jetzt geht doch in meinen Dicken. Leck. Ne, die habe ich doch gerade alle aufgespielt. So, wenn ich hier vor allem. Det ist doch nicht so ein wenig. Ich bin Nass. Ich bin Nass. Ich bin Nass. Ich bin Nass.